so freunde der sonne oder eher gesagt der nacht weiter geht's mit jack 3 wir müssen dieses komische gefährd oder was auch immer das ist da im hintergrund sieht man schon müssen wir zur basis bringen und ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern oh nein oh nein ich kann mich doch wieder daran erinnern also nicht zu weg hier immer controller fackt voll ab das ding viel als ich lenke grad nichts und das ding zieht voll nach rechts oh mein gott 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 ach jetzt muss man noch mit diesen genau jetzt muss ich das teil hier vorne anschießen genau so die rakete folgt dem lockvogel ach das war das zack noch eine rakete abgelenkt weiter so zack was verdammt ok auf ein neues aber wir können sogar von hier weitermachen das ist ja genial ich könnte es eigentlich mal mit der hier ausprobieren so ist richtig eine rakete erledigt ist keine gute idee ja dexter ich bin nicht blöd ich hab's doch kapiert man so das brauche man kann ja durch das große mitä arbeit gegenseitig auch hier booripe Wow, wow, wow. Ey, fast wieder reingeflogen. Ey, die Musik ist so geil, man. Okay, wir gehen. Ja. So, wo ist das? Auf zum ungezogenen Otzel. Das Barschild wird unser letzter Lockvogel. Du schaffst das. Dreh die Glühbirnen in dem Schild voll auf. Fest an, Dex. Das wird Dex. Oh. So sieht das doch viel geiler aus. Oh, ja, Mann. Wir können wieder zurück in die Wüste. Hm. Mach ich jetzt hier weiter? Ja, komm, ich mach hier noch eine Mission. Jack, der Hafen wird erneut angegriffen. Die wollen uns endgültig erledigen. Seltsam nur, dass die Garde und die Metallschädel auf dem Vormarsch sind. Als ob sie zusammenarbeiten. Wir müssen sie zurückschlagen, sonst war's das. Tut mir leid, Junge. Aber du musst an die Front. Ich zähle auf dich. Verhindere, dass Garde oder Metallschädel diesen Posten erreichen. Wenn das nicht hinhaut, ist es aus. Hm. Ich hätte auch nie Wüste fliegen sollen. Oh, nein. Das habe ich ja ganz vergessen. Da kommt alle her. Zack. Du hast keine Chance, Mann. Ach, schon besser. Ach, nee, das ist egal. Gar nicht. Also ich muss sie hier nicht beschützen. Die helfen mir nur. Die hier will ich haben. Ja, die werden eh alle sterben, also. Ich nehme hier keine Rücksicht auf Verluste. Aber ich glaube, die ist doch besser. Ich könnte auch einfach mal stehen bleiben. Und das Lustige ist, wir werden jetzt einfach so hingezoomt. Zack, da sind wir schon. Was haben wir jetzt für eine Waffe? Okay, wieder die. Oh, nein, jetzt kommen die Viecher auch noch. Ach, du Scheiße. Oh, mein Gott. Oh, nein. Ich sehe gerade, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ich kriege einfach... Ja, toll. Das war es dann wohl. Da, Energie, Energie. Ja, damit. Oh, nein. Boah, das habe ich echt immer so gehasst. Also das war wirklich eine Mission, die ich wirklich gehasst habe. Boah, wir haben fast 200 von den Teilen. Dann, also da mache ich wirklich in der Wüste erstmal ein paar Rennen. Boah, ich bin doch ausgewichen, Mann. Ja, genau. Mit einem Balken Energie, ey. Nein. Ach, ich bin so dumm. Warum habe ich mich dann nicht einfach in den dunklen Jack verwandelt? Oh, wie dumm. Egal. Und nochmal. Mann, er hat wenigstens einen endlichen Schuss, ey. Mir hängt gerade eine Pommes im Hals. Boah. Ey, ich renne hier echt weg wie so ein kleines Schulmädchen, ey. Ja, ja. So, keine Rücksicht auf Verluste. Oh, hier haben wir nicht unendlichen Schuss. Ah, okay, dann ist das Gelb immer so die Standard-Waffe. Ja, toll. Ey, wollt Krieg, den könnt ihr haben, ey. So, 204 haben wir jetzt. Jetzt genau. Boah. Boah. Oh, ho, ho, ho. Öff. Ja. Das war heftig. Das war richtig heftig. Okay, das war's wieder. Oh, nein. Noch mehr Luftschiffe, du hast eine Gesellschaft. Die dürfen nicht zu nah an die dran. Herr mit dem Ding. Die Drohne. Du. Jetzt sehen wir die Drohne mal im Einsatz. Oh, das war's auch schon wieder. Ey, macht euch doch mal ab, Mann. Anstatt so fauler rumzulegen, könnt ihr mir mal helfen. Ah, scheiße, ich kann gerade echt nix zu sagen, ey. Zumindest nix sinnvolles. Oh, es riecht auch noch die falsche Taste. Oh, herr mit dem Ding. Ey, wieso hat er einfach die Waffe gewechselt? Oh, mit der ist das ja mal richtig kacke. Zack. Obwohl, die kommen alle hierher. Dann zack, zack, zack. Boah, alter, ey. Die geben mir richtig dreckig. Mit der Waffe kannst du ja mal gar nix anfangen, ey. Oh, nein, ich lose schon wieder ab, ey. Boah, was ist jetzt los? Es geht nicht anders, es geht nicht anders. Sie sind an dir dran, los. Boah, was ein Ding, ey. Also, wenn das nicht wirklich geil jetzt kam. Vorsicht, Sie kommen. Oh, nein. Ja, was ist so? Oh, weg hier. Autsch. Ja, lauf einfach in die Reine. Ich bin echt schlau. Okay, geht doch. Ach man, das wollte ich gar nicht machen. Alter, das ist aber auch behindert. Oh, mein Gott. Endlich, endlich kommt das hier. Zack, zack, zack. Der muss eigentlich down sein. Nö, ist er nicht. Da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Okay. Wer stirbt jetzt schneller? Ha, ha. Oh, der geht down. Zack. Oh, bitte war's das. Also, das ist ja wirklich ganz krass gewesen. Nein, oh, es geht noch weiter. Und nochmal so ein fettes Vieh. Ja, mach mal platt, Leute. Macht mal was. Immer bleibt alles am... Alter, der will mich einfach über... ...überkrabbeln. Okay, er ist down. Alle sind mit drauf gegangen. Oh, ho, ho, ho. Heftig. Oh, jetzt kommt der Schießstand. Leute, das ist der Schießstand des Todes. Was hat denn die Zeit? Ah, da kann ich noch mit anfangen. Ich weiß, ich wollte in die Wüste. Aber egal, dann mache ich das noch. Und im nächsten Part gehen wir dann in die Wüste. Dann machen wir das so. Dexter, mein Held. Diese Stadt ist viel zu gefährlich. Wir brauchen ein hübsches Fleckchen auf dem Land. Ein kleines rosa Häuschen mit einem Jägerzaun, offenem Kamin und einem Himmelbett für mich. Und ein Otzelgehege für dich, mein Schatz. Oh, hast du Angst um mich, mein kleines Tessileinchen? Natürlich, mein schnuckeputze Schnurzbärchen. Oh, bitte. Könnt ihr woanders rumsülzen? Soll ich dich drücken, Jack? Bin gerade so richtig in Stimmung. Man sagt, ihr seid unsere einzige Hoffnung, die Katakomben zu erreichen. Ich habe den Schießplatz auf die Simulation feindlicher Taktiken programmiert. Wollt ihr es probieren? Okay. Auf geht die Party. Okay, wir können aber auch die Pampe benutzen. Sehe ich gerade. Nein! Oh! Da hat es den Hasen zerschmettert, ey. Oh, oh, oh. Das war knapp. Okay, also Leute, ich kann wieder nicht so viel sagen. Okay, okay, was ist nun los? Oh, nein! Die schießen ja, die Wichser. Ja, ich werde jetzt angeschrieben. Entschuldigung, geht nicht. Boah, alter! Also, das war echt immer... Boah, so wirklich schwer. Also, das musste ich auch tausendmal immer neu machen. Okay, da oben sehe ich jetzt aber diesmal, wie viel wir brauchen. Nicht so wie letztes Mal. Nein, ich gehe gleich drauf. Und die mit den komischen Schutzschildern, Dingsbums. Das macht ein paar, das ist auch schon gleich wieder rum. Zack! Okay. Boah, und es gibt Minuspunkte, dann, wenn die explodieren. Super. Okay, okay, was nun? Was nun? Komm her! Bam! Bam! Boah, das wird sauknapp. Boah, ey! Scheiße, Mann! Ich dreck gleich durch. Boah, mein Schuss ist gleich leer. Was mache ich denn dann? Ey, scheiße, ich habe es nicht geschafft. Na, komm schon! Noch ein paar, noch ein paar, komm! Ich habe einen Schuss mehr! Nein! Komm her! Nein! Oh! Ihn behindert, Mann! Oh! Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Oh, verdammt! Oh, ja, Leute, das mache ich im nächsten Part dann nochmal. Oh, bis dann! Tschööö! Mm! Und...